Ich fand das auch immer sehr ernüchternd. Wir oder unsere Religion zumindest muss sich irgendwie in diesen europäischen Raum wortwörtlich reinquetschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tiesborough. Ey, ich hasse die Technik manchmal. Es hat einfach eine halbe Stunde gebraucht, bis ich diese Aufnahme anfangen konnte. Aber jetzt hat es auf jeden Fall geklappt. Hier habe ich Joy als meinen Gast. Wie geht es dir denn heute? Mir geht es super. Ich habe ausgeschlafen, war produktiv und bin bereit, heute ein bisschen zu quatschen. Hast du denn so eine Morgenroutine? Also so eine Routine, wo du sagst, damit komme ich dann super durch den Tag? Das sagt irgendwie gefühlt jeder heutzutage. Aber mir hilft meditieren sehr. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich ja buddhistisch aufgezogen wurde. Wobei ich sagen muss, als Kind habe ich nicht so den Wert in Meditieren gesehen. Für mich war das dann eher so eine Sache von fünf Minuten still sitzen und nichts machen. Finde ich irgendwie doof. Ich will rumrennen. Ich würde sagen, mittlerweile habe ich doch schon erkannt, dass wenn man sich wirklich darauf einlässt, dass es doch schon hilft, mit einem klaren Kopf in den Tag zu starten. Ich wurde auch von meiner Mom dazu gezwungen, zu meditieren. Also sie ist ja auch jemand, der eher so spirituell unterwegs dann auch war und hatte dann gedacht, ja ich muss das für mein Seelenheim meines Kindes ja mal was machen. Deswegen hat sie mich immer zu irgendwelchen Meditation-Retreats mitgeschleppt, wo man halt so zwei Stunden am Stück dann halt so meditieren musste. Zwei Stunden ist aber krass. Und ich fand das als Kind auch schon richtig heftig, einfach so lange da rumzusitzen. Und dann habe ich ja währenddessen, wenn alle da meditiert haben, mir den Raum angeschaut, bin dann halt so rumgelaufen. Aber deswegen verbinde ich mit Meditieren halt immer halt so einen Zwang, weil halt meine Mutter mich immer zu diesen Retreats hingeschleppt hat. Ich meine, in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Kinder sowieso ihre Eltern imitieren. Von daher finde ich es da eigentlich eher sinnvoller zu sagen, guck mal, wir Erwachsenen, wir machen jetzt alle das. Stört uns dabei nicht, obviously. Aber einfach zu sagen, wir machen das. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen. Und ich finde, da ist es schon eher wahrscheinlicher, dass die Kinder dann mitmachen, weil die halt sehen, oh, die Erwachsenen machen das. Bei mir hat es ja anscheinend besser funktioniert als bei dir. Ja, hin und wieder meditiere ich dann auch, um einfach mal zur Ruhe zu kommen. Aber ich habe das immer wirklich so mit negativen Erfahrungen assoziiert. Also deswegen, wenn ich dann immer halt so Meditation Retreats mir höre, dann denke ich mir so, oh Gott, nein. Dann kommen wir zu Traumata hoch. Heutzutage machen das Lisas und Maries, um sich von Breakups zu erholen. Also die würden deinen Punkt gar nicht nachvollziehen können. Hättest du echt so jemanden bei dir, der sowas macht, so nach so einem Breakup? So, jetzt gehe ich mal nach Bali, um das Meditation Retreat zu machen. Ich kenne jetzt in meinem persönlichen Umkreis tatsächlich nur eine Person, die so einen Spiritual Retreat gemacht hat, in Bali sogar. Wobei ich sagen muss, dass ich die Person nicht gut genug kenne, um einzuschätzen, okay, macht ihr das wirklich, weil sie irgendwie eine Trennung durchgemacht hat? Oder macht sie das, weil sie sich vielleicht doch für Spiritualität grundsätzlich interessiert? Deswegen will ich da gar nicht so urteilen. Aber ich finde diesen Stereotypen schon lustig. Und ich finde, man trifft sehr häufig weiße Leute, vor allem wenn ich selber in Thailand bin, die dann auch tatsächlich so einen Trip machen. Ja, für mich ist es vielleicht auch einfach ein bisschen komisch, weil ich eben mit diesen spirituellen Praktiken und mit dieser Religion einfach groß geworden bin. Dementsprechend, wenn Leute daran teilnehmen wollen, gut, warum nicht? Aber ich würde ja auch nicht nach einer Trennung sagen, yo, geh jetzt erstmal in die nächste Kirche in meinem Ort und lass mich beteiligen. Hey, Jesus, ey! Ja, und es soll ja auch in der heutigen Folge auch darum gehen, um das Aufwachsen, um unsere Kindheit oder auch wie wir die Schulzeit auch verbracht haben, weil wir ja beide einen teilschen Background haben, aber auch in Deutschland zum großen Teil aufgewachsen sind. Und da es dann auch kulturelle Unterschiede für uns so aufgetan haben oder Sachen, die uns einfach weird vorgekommen sind in unserer Kindheit. Bevor ich dann dazu komme, würde ich gerne mal so ein paar Breaking the Eyes-Fragen stellen, damit die Leute so ein bisschen, was werde ich erfahren, dich kennenlernen und so. Gerne. Okay. Mich macht glücklich, wenn... Also ich habe so ein paar Sätze, dann musst du einfach die dann vervollständigen. Mein Hund. Ich habe einen kleinen Mops und sein Gesicht allein, weißt du, dann darf er gehen einfach alle Sorgen. Wenn ich ihn anschaue, bin ich glücklich. Meine Freunde machen mich zurzeit sehr glücklich. Also ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, sprich, ich bin sehr auf die Energie von anderen Menschen angewiesen, sage ich mal. Ich sehe in allen meinen Freunden so etwas Inspirierendes. Ich könnte zu jeder Person wahrscheinlich einen Liebesbrief schreiben, eigentlich, der Happy macht. Als Drittes, würde ich sagen, mache ich mich vor allem mich selber glücklich, indem ich Zeit für mich selber nehme, einfach Sachen für mich tue, die mir auch gut tun. Ich habe zum Beispiel mir gestern ein Kleidungsstück geholt, was ich eigentlich schon mega lange wollte. Aber ich habe mir dann immer gedacht, so nein, 50 Euro, das muss doch nicht sein. Ich saß gestern drei Stunden in der Bibliothek. Ich habe mir durchaus diesen 50-Euro-Rock verdient. Und jetzt habe ich den. Jetzt bin ich ganz glücklich. Jetzt bist du auf jeden Fall schick unterwegs. Ja. Leute unterstellen mir, dass... Dass ich zu hitzköpfig sei, was durchaus ein Punkt sein könnte. Ich habe mein Temperament und ich würde auch sagen, dass es vielleicht in manchen Situationen ein bisschen überkocht. Aber ich weiß, dass es ein Problem ist manchmal. Und ich versuche es in letzter Zeit auch viel mehr zu kontrollieren. Was mir auch unterstellt wird, ist, dass ich zu stur bin. Da würde ich tatsächlich auch zustimmen. Wenn ich was will, dann ruhe ich alles, um das zu bekommen. Ich finde, man kann alles erreichen, solange man einfach die Arbeit hineinstimmt. Also würdest du sagen, dass du so ambitioniert bist? Oh ja, sehr. Ich lebe von Ambition. Ich lebe von meiner Leidenschaft für Dinge. Sei es Tanz, Kultur, andere Interessen, Gaming. Entweder bin ich da zu 100% dabei oder überhaupt nicht. Ohne kann ich nicht leben. Tanzen. Und was tanzt du denn so? Seit ich 14 bin, mache ich Hip-Hop. Wobei ich mich auch zwischendurch in anderen Stilen auf jeden Fall so ein bisschen ausgetobt habe. Also ich habe auch Contemporary ausprobiert, Popping, was ich bis heute noch mache. Ansonsten muss ich sagen, fühle ich mich zurzeit sogar sehr im Female-Hip-Hop eher wohl. Ich habe das Gefühl, da kann ich mich eher ausdrücken. Und ich würde sagen, dass das so mittlerweile mein Bereich ist oder mein Stil, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann. Was ist denn der Unterschied zwischen Female-Hip-Hop-Dancing und Hip-Hop-Dancing? Wie erkläre ich das am besten? Also Leute verbinden mit Female-Hip-Hop immer direkt sexy Heels, leicht bekleidet und sowas. Und das ist ein Aspekt auf jeden Fall. Es geht ja darum, einfach seine eigene Femininität oder Weiblichkeit auszudrücken, je nachdem, wie man das aufnimmt. Und sich einfach in seinem eigenen Körper wohlzufühlen. Sprich, die Bewegungen sind sehr körperbetont, sehr langgezogen. Es geht sehr viel um Posen vor allem. Und Hip-Hop, was das angeht, hat halt einfach viel mehr Techniken und viel mehr Subgenres. Female-theoretisch ist auch einfach nur ein Subgenre von Hip-Hop. Es gibt sehr viele Female-Hip-Hop-Choreografen, die sind zwar sehr Hip-Hop-lastig unterwegs und bauen vielleicht ein paar Hip-Hop-Basics in ihre Choreos mit ein. Dann wiederum gibt es Female-Choreografen, die sind eher in Richtung Contemporary, Ballett unterwegs zum Beispiel. Female ist für mich so eine Subkultur aus Hip-Hop, Contemporary, vielleicht ein bisschen Ballett oder auch Jazz, um sich selber im eigenen Körper wohlzufühlen und sich auszudrücken. Ich muss immer an diese Tanzfilme von früher denken, wo so eine weiße Person eher so Ballett und klassischen Tanz gemacht hat und dann letztendlich einfach so einen schwarzen Dude kennen, der dann Hip-Hop tanzt und sieht, das ist irgendwie voll cool. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, und gerade an dieser Art von Tanzfilmen, wo die dann auch am Ende versuchen, diese beiden Stile Ballett und Hip-Hop dann zusammen zu mixen. Wo ich viel mehr den Wert erkenne, ist tatsächlich die Geschichte hinter Tanz. Wie kamen die Namen von gewissen Basic-Schritten zur Welt? Wie wurden Hip-Hop-Schritte vielleicht genutzt, um damals vor allem unter afroamerikanischen Menschen in den USA zu kommunizieren? Tanz ist ja eine Sprache. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum viele klassische Pop-Kultur-Tanzfilme nicht eher in die Richtung gehen. Ich fände das viel interessanter, als Bella aus Suburban New York lernt MJ Jackson oder so kennen und ihre gesamte Welt stellt sich jetzt auf den Kopf, weil schwarze Menschen tanzen Hip-Hop und das ist für sie eine... Ja, ich habe dann auch früher Judo- oder auch so japanische Kursportarten gemacht und vieles, was ein Kursport ist, hat ja auch so Bezüge zu tanzen. Also gerade was so die Schritte angeht. Und ich bin ja eigentlich auch jemand, der ziemlich untalentiert ist, was das Tanzen angeht. Aber wenn man auch gut tanzen kann, kann man auch gut Martial Arts dann auch machen. Dieses Feedback habe ich auch von meinem Onkel bekommen, weil der ist tatsächlich Muay Thai-Boxer in Chiang Mai. Und als ich ihn damals besucht habe in seiner kleinen... Er hat so eine Art Camp und da durfte ich mich ein bisschen mit ihm so ausprobieren und da hat er mich schon gefragt, machst du irgendwas in Richtung Tanz oder so? Ich so, ja tatsächlich, also das merkt man. Alleine daran, wie hoch du dein Bein bekommst, merkt man das. Ja, es ist auch mega cool. Heimat ist für mich, was vielleicht auch ganz obvious ist und auch zur Episode passt, ist Thailand für mich auch einfach Heimat, weil ich mich ja jahrelang eigentlich von meiner Kultur distanziert habe. Und einfach wieder diesen Weg zurück in diese Kultur zu finden, ist für mich so ein Gefühl von, ich komme wieder nach Hause. Und deswegen würde ich auch Thailand eigentlich so ein bisschen als meine kulturelle und ein bisschen auch mentale Heimat vielleicht zeichnen. In Thailand habe ich nie... Nie einen Hund weggescheucht. Wow! Wenn Straßenhunde zu mir kommen und meine Verwandten sagen, streichel die nicht, die sind dreckig. Das ist mir egal. Ich streichel den trotzdem. Und er bekommt auch was zu essen, wenn ich was da habe. Oh! In Deutschland habe ich nie... In Deutschland habe ich nie das Gefühl, authentisches, thailändisches Essen zu finden. Es gibt Restaurants, von denen ich sage, die sind gut. Aber nur weil sie gut sind, heißt es nicht automatisch, dass es authentisch ist. Wie definierst du denn gut? Also im Sinne davon, dass es dann einfach nur schmeckt? Tatsächlich geht es für mich dann eher nach dem Geschmack und auch vielleicht ein bisschen zu gucken, was für Zutaten verwendet werden. Wenn ich dann zum Beispiel Kappau bestelle und da ist irgendwie Paprika drin, dann denke ich mir halt so, was ist das? Nein! Danke! Oder Koriander statt thailändisches Basilikum. Das sollte illegal sein. Aber das ist auch wirklich auch schwierig. Dann finde ich dann auch so gut, es geht authentisch zu kochen. Also klar, man kriegt auch viele Zutaten, auch in Deutschland. Ja, das stimmt. Aber halt auch so die spezifischen Sachen, die überall in Thailand halt so wie Kraut und Rünen rumwachsen, also wie dieses Holy Basil zum Beispiel. Ja, genau. Und dieses Thai-Basilikum, das kannst du nicht überall finden, je nachdem, wo du dann auch wohnst. Und dann sind die auch noch mega teuer, finde ich. Also da muss ich auch natürlich berücksichtigen, dass die Gastronomen hier in der Hinsicht ein bisschen eingeschränkt sind. Und nichtsdestotrotz ist es für meinen Gaumen doch sehr gewöhnungsbedürftig. Wo bist du denn genau geboren worden? Ich bin in Hanau geboren, in Hessen, bin da aber nicht sehr lange geblieben, weil ich kurz darauf dann nach Würzburg gezogen bin. Und wie kannst du denn so Würzburg beschreiben? Würzburg, zu der Zeit, wo ich da aufgewachsen bin, sprich 2003 bis 2015 ungefähr, war für mich immer eine sehr klein anfühlende Stadt. Ich bin vor allem auch in einem Viertel aufgewachsen, für die Leute, die vielleicht sich in Würzburg auskennen. Heidingsfeld war damals meine Heimat, sprich klassisches Wohnviertel mit hauptsächlich weißen Leuten zu der Zeit. Ansonsten würde ich es doch als sehr fast schon idyllische Stadt bezeichnen. Also es ist zwar eine Großstadt, aber es hat nicht so das Gefühl einer Großstadt, finde ich. Eher so ein übergroßes Dorf. Also es gibt da so einen Abhang in einem Stadtteil und da werden Weintrauben gezüchtet für Rotwein, soweit ich weiß, oder Weißwein auch, ich bin mir nicht sicher. Also das heißt, du bist dann auch in Würzburg groß geworden? Genau, bis ich 13 war. Wie war es denn dann in der Zeit, wo du aufgewachsen bist? Weil du hast auch schon erzählt, dass es da eher so vorwiegend Weiß war. Oder waren noch andere BIPOCs, die du dann da auch durch deine Schulzeit kennengelernt hast? Ich weiß auf jeden Fall, dass es in meiner Grundschule in der ersten Klasse auch hauptsächlich doch nur weiße Mitschüler gab. Ja, was mir am Anfang zwar schon schnell bewusst war, aber ich habe da nicht so schnell eine Connection dazu ziehen können. Ich habe mir halt einfach gedacht, oh. Ja, wie in der Nachbarschaft halt. Ich bin das einzige asiatische Kind. Ich hatte allerdings einen Mitschüler, der kam aus Tunesien. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass ich sehr oft bei Partnerarbeiten mit ihm zusammengeworfen wurde. Echt? Ja, oder auch wenn man zum Beispiel Ausflüge gemacht hat, hat man immer gesagt, Joanna, du gehst bitte mit, ich weiß seinen Namen nicht, mit ihm mit. Und dann ist man ja immer in so Zweierpärchen hinter dem Lehrer hinterhergegangen. Und irgendwie waren wir dann immer die zwei, ja, die zwei POC-Kinder, die dann zusammengelaufen sind. Ja, die einzigen ausländischen Kinder in der Klasse kann man ja direkt zusammenwerfen. Warum nicht? Keine Ahnung, was das Motiv dahinter war. Und du bist ja vorwiegend bei deiner Mutter ja groß geworden. Genau, beziehungsweise in Würzburg bin ich dann bei meinen Großeltern aufgewachsen. Meine Mutter zu der Zeit war in Frankfurt öfters und hat dort gearbeitet, ist dann aber regelmäßig an Wochenenden dann nach Würzburg gekommen. Was hat sie denn genau gearbeitet? Gastronomin in einem Hotel. Und wie war dann Verhältnis zu deinen Großeltern? Meine Oma war ja Thailänderin und mein Opa war Deutsch. Allerdings war mein Opa nicht mein biologischer Großvater, sondern er war quasi der neue Mann von meiner Oma. Und die haben sich ja in Thailand kennengelernt. Und meine Mutter kam aus einer Ehe zu einem thailändischen Mann. Sprich, mein Opa war der Stiefvater von meiner Mutter. Und ich habe schon von früh an gemerkt, dass ich da in so zwei Seiten aufgeteilt wurde, sag ich mal. Einerseits mit der thailändischen Oma, andererseits den deutschen Opa. Sprich, allein in Sachen wie Sprache und Verhalten war ich da teilweise ganz anders zu den beiden. Während ich mit meinem Opa irgendwie Deutsch gesprochen habe und zum Frühstück vielleicht irgendwie Weißwurst und Senf hatte, habe ich mit meiner Oma thailändisch gesprochen. Und dann gab es zum Frühstück bei ihr zum Beispiel Joke. Für Leute, die Joke und ich wissen, das ist ja dieser Rice Porridge. Also eigentlich eher so der thailändische Rice Porridge, wo du dann so Frühlingsfiebeln und Ingwer und so, glaube ich, so kleine Fleischbällchen auch so mit drin hast. Und ein Ei. Genau, das ist auch so mega lecker. Ich versuche es auch immer so am Wochenende das einmal zu machen, weil unter der Woche habe ich nicht so die Zeit, das zuzubereiten. Gibt es dann auch so eine Thai-Community in Würzburg? Also wir hatten auf jeden Fall eine Familie, mit der sich meine Oma sehr gut verstanden hat. Und sie hatte auf jeden Fall verteilt einzelne Bekannte oder Freunde, aber die konntest du alle auf der Hand aufzählen. Dementsprechend würde ich es weniger als Community bezeichnen und wenn, dann schon eher als Freunde, Bekannte. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass es, weil ich bin ja in Berlin ja groß geworden, gab es dann auch eher dann in den Vororten, Thai-Tempeln. Aber die waren nicht so schön, wie man sie in so Thailand kennt, sondern es sind eigentlich eher so ganz normale Häuser, wo drin dann natürlich halt der Altar ist mit der Buddha-Statue oder mit mehreren Buddha-Statuen. Und irgendwo auch so ein Gemeinschaftsraum, wo man essen konnte und so. Und dann gibt es da irgendwo noch Träume noch für die Geistlichen, also für die Mönche. Als ich dann in diesem Thai-Tempel war in Berlin, so ein bisschen ernüchternd. Ja, auf jeden Fall. Und ich dachte mir, warum sehen sie so aus? Ja. Warum sehen sie denn so schäbig aus in Deutschland? Für mich war das immer so ein, ich fand das auch immer sehr ernüchternd und sogar ein bisschen schade, weil ich immer das Gefühl habe, wir oder unsere Religion zumindest, muss sich irgendwie in diesen europäischen Raum wortwörtlich reinquetschen. Und ich meine, natürlich kommt deutsche Architektur nicht an das ran, was dann thainische Architektur zu bieten hat. Mittlerweile haben wir aber allerdings einen Thai-Tempel, der wird zurzeit noch gebaut, soweit ich weiß, der ja so ein bisschen an thainische Architektur nahe kommen soll. Ich meine, der ist gerade in Gießen. Fertig, er ist auf jeden Fall nach Gießen fahren. Ja, würde ich sagen. Thais-Bauer-Mütting in Gießen. Ja, machen wir so ein Thais-Bauer-Treffen in Gießen. Das war schon cool. Ich wäre dabei, ganz ehrlich. Ja. Vielleicht kann man auch so ein Thais-Bauer-Treffen dann auch vereinbaren. Ja, weiß. Wer weiß. Wer weiß. Das würde mich auch sehr freuen. Also ich habe mich immer am meisten gefreut, wenn ich andere thainische Kinder gesehen habe. Auch einfach mal außerhalb von meinem eigenen Tellerrand zu sehen, dass es auch andere Kinder wie mich gibt. Und nicht nur die fünf, die es in Würzburg gab, war für mich immer sehr erfrischend, sag ich mal. Und ich habe auch relativ schnell meine Freundschaften da einfach geschlossen und habe mich da wohl gefühlt. Beziehungsweise hatte da auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht so ganz verstecken musste, wer ich bin. Ich konnte freiteilendisch sprechen. Ich konnte mein Essen mit denen teilen, weil ich wusste, die sind genau mit denselben Mahlzeiten aufgewachsen und würden sich nicht über Dinge wie zum Beispiel den intensiven Geruch oder sonst was beschweren. Und ja, da war einfach dieses Gefühl von, ich bin unter denselben Kindern, die eine ähnliche Kindheit hatten wie ich und die ganzen Sachen, die ich kenne, ebenfalls kennen. Das war sehr befreiend. Du hast es erwähnt, wegen des Geruchs und von dem Essen. Also gab es dann Beschwerden, weil du dann zum Beispiel teiliges Essen in die Schule mitgebracht hattest? Ich selber habe tatsächlich selten bis eigentlich nie teiliges Essen mit selber in die Schule gebracht. Wahrscheinlich, weil es einmal einen Vorfall gab während einer Geburtstagsfeier von mir, wo meine Freunde zum Essen zu mir nach Hause eingeladen wurden. Und meine Oma war so freundlich und hat uns was gekocht. Ich meine, es war Kaupat, also gebratener Reis mit Gemüse. Früher waren es eigentlich so typische Sachen, die man heutzutage beim Teilen da bestellt, wenn man in der Regel da essen geht. Aber ich weiß damals, dass ich und meine Freunde, wir alle dann an dem Tisch saßen und ein bisschen missmutig mit der Gabel im Essen rumgestochen wurde. Und dann habe ich diesen Blick bekommen und ich wurde gefragt, was ist das? Und ich habe das dann erklärt sozusagen und es war dann dieses, okay, gibt es später vielleicht Kuchen? Oh Gott. Ja, genau. Also ich kannte das ja und in dem Moment hat man sich natürlich einfach so schlecht gefühlt. Nicht nur hat sich meine Oma die Mühe gemacht, sag ich mal, für mich und für all meine Freunde was vorzubereiten. Ich habe mich in dem Moment auch, in dem Moment wurde mir einfach weiß gemacht und vor allem ganz klar gemacht, du bist anders als der Rest von den Kindern, die hier an diesem Tisch sitzen. Ich war ja auch regelmäßig auf Geburtstagspartys von anderen Kindern, die einen deutschen Hintergrund hauptsächlich hatten. Und da gab es immer dieselben Sachen. Es gab immer Pommes, Chicken Nuggets, Kuchen, irgendwas in der Regel. Und dann saß ich da mit meinem Kaupert und Bobbeer und habe mir gedacht, wow, es ist super unangenehm. Und ein Teil von mir hat sich in dem Moment auch vielleicht ganz klar gewünscht, dass meine Oma vielleicht doch Pommes oder Chicken Nuggets gemacht hätte. Obwohl ich dieses Essen ja eher kenne und eher mit Heimat verbinde, statt, ja, deutschem Essen in Anführungszeichen. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter, wenn es halt so Schulfeiern oder so Klassenfeiern das auch gab, hatte sie dann auch mal teuerliches Essen zubereitet. Und ich habe es dann mitgenommen und ich habe das dann wieder mit nach Hause gebracht, also diese Tupperware und die war ja noch voll. Und dann hatte meine Mutter gefragt, so, warum ist es noch voll? Und ich so, ja, es hat keiner was davon gegessen. Und ich hatte mich dann auch nicht getraut, vor allem den Leuten das Essen zu essen, was meine Mutter auch zubereitet hatte. Sondern hat dann lieber auch das gegessen, was so, ich sag mal in Anführungszeichen, so normal war. Ja, so eine Scheibe Brot mit Butter und Wurst zum Beispiel. Ja, genau. Was auch nicht immer gut gerochen hat, aber es war gang und gäbe eher. Ja, und ich kann mich auch noch in einem Vorfall erinnern. Also meine Mutter hat selber nicht so gerne gekocht, aber wenn, dann macht sie halt so Eintöpfe. Und sie hatte dann mal, also was ganz normal ist für die italienische Küche, halt viel mit Klobloch gekocht. Ja. Und dann hat sie ja so einen Eintöpfe mit Klobloch gemacht. Und am nächsten Tag war bei uns Sportunterricht angesagt. Und dann hatten sich dann die Kinder beschwert, so, was stinkt denn hier so, es riecht voll abartig. Kam in mir raus, dass ich irgendwie voll den Mundgeruch hatte, weil ich einfach diesen Eintöpfe gerochen habe. So, dass dann die Lehrerin mich vom Sportunterricht ausgeschlossen hatte. Also ich durfte dann nicht mehr in der Sporthalle sein, weil ich einfach so abartig nach Klobloch gerochen habe. Okay, aber das ist doch jetzt echt übertrieben. Ja, das ist einfach so. Komm schon. Also ich war irgendwie froh, weil dann konnte ich halt Sportunterricht schwänzen. Aber ich fand es so im Nachhinein, nach ein paar Jahren später so voll weird, weil ich dann einfach so offensichtlich ausgeschlossen worden bin, weil ich das nach diesem Essen gerochen habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich so stark war. Und dann hat dann auch mein Stiefvater zu meiner Mom gemeint, ja bitte mach nicht so viel Klobloch da rein. Selbst wenn der Geruch so stark war, hätte man das anders regeln können. Vor allem als Lehrkraft hätte man das ein bisschen menschlicher angehen können, sag ich mal. Aber egal, ich mag immer noch Klobloch. Ja, same. Also auch wenn ich dadurch gedisst worden bin, das ist mir dann auch egal. Ich habe zwischendurch auch natürlich einige Erfahrungen gemacht, die dann nicht so positiv waren. Unter anderem natürlich auch von Lehrern, Mitschülern gab es immer rassistische Kommentare am Rand. Die waren zwar, in ihrer Häufigkeit war es jetzt nicht so oft, dass man das wirklich als aktives Mobben und Diskriminierung vielleicht bezeichnen kann. Aber ich würde schon sagen, dass ich dadurch sehr oft schikaniert wurde. Um vielleicht ein gutes Beispiel zu nennen, es gab einen Tag in der Grundschule, da wurden Elternbriefe an die Schüler verteilt zum Elternsprechabend. Die Lehrerin ist rumgegangen mit den Briefen und hat immer die jeweiligen Vornamen von den Eltern vorgelesen. Herr Schmidt, Herr Zimmermann, Frau Zimmermann. Und dann kam mein Nachnamen. Und sie hat auf den Brief geschaut und hat versucht, ihn auszusprechen. Dann hat sie gelacht, hat mich angeschaut und hat gesagt, dein Vater heißt so, hat nochmal gelacht und hat sich in der Klasse dann so ein bisschen umgeschaut. Wie so ein Stand-Up-Comedian, der die Bestätigung in seinem Publikum sucht. Und dann hat auch wirklich die gesamte Klasse mitgelacht. Und ich saß da mit meinen sechs, sieben Jahren, habe nicht wirklich verstanden, was abgeht, weil für mich war das einfach nur der Name von meinem Vater. Und dann habe ich aus Reflex einfach mitgelacht. Aber ich weiß, dass ich in dem Moment so verwirrt war und überhaupt nicht verstanden habe, warum da jetzt überhaupt gelacht wird. Danach ging es eigentlich nur noch weiter mit irgendwelchen Aussagen wie, du kommst doch aus China. Nein, eigentlich nicht. Ich bin Thailänderin. Ja, das ist doch alles dasselbe. Sag mal was auf Chinesisch. So passiv-aggressive Kommentare. Natürlich war auch Sprache immer so ein Ding. Meine Oma habe ich zu dem Zeitpunkt als Kind immer als Jai bezeichnet, was auch Thailändische Oma heißt. Dann auch irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich würde dich aber bitten, dass wenn wir irgendwie in der Stadt sind oder beim Einkaufen, dass du statt Jai ganz normal Oma sagst. Ich war verwirrt und habe es nicht verstanden. Und sie war so, die Leute gucken immer, wenn du Jai rufst. Die sind dann verwirrt und drehen sich um und gucken uns irgendwie an und ich will das nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber du bist ja meine Jai. Irgendwie von Jai auf Moma mich umzustellen, war für mich überhaupt nicht verständlich und ich wollte es auch überhaupt nicht. Aber das waren einfach so Erfahrungen, wo mir weiterhin weiß gemacht wurde, du bist anders und du musst einen Teil von dir verstecken, um von dieser Gesellschaft hier akzeptiert und anerkannt und vor allem in Ruhe gelassen zu werden. Dadurch habe ich dann halt einfach gelernt, okay, je mehr ich meine Thailändische Seite von mir verstecke, desto weniger Probleme habe. Das heißt, ich habe immer weniger Thailändisch gesprochen. Natürlich kamen da auch dann die Besucher in den Thai-Tempel ein bisschen kürzer, wobei ich auch sagen muss, diese Ausflüge waren für mich so eine Art Flucht, weil Tempel waren für mich dann so ein gewisser Safe Space. Dann war ich da mit den anderen thailändischen Omas und mit denen konnte ich das Essen essen, was ich auch wirklich wollte und musste mich nicht verstecken. Abgesehen von den Thai-Tempeln in Berlin, auch den Thai-Park ist eigentlich nicht offiziell der Name, eigentlich heißt es ja Preußenpark, aber das ist eigentlich so ein Treffpunkt für die Thai-Community in Berlin, um sich dort auszutauschen, Karten zu spielen, mal was zu trinken und einfach mal so ein bisschen Spaß zu haben. Und da war meine Mutter mit mir häufiger in den 90ern, als wir dann neu in der Stadt dann auch so waren. Aber je älter ich geworden bin, ich erinnere mich auch daran, dass wir dann auch viel weniger da hingegangen sind. Also ich weiß auch nicht genau die Gründe dafür, aber ich fand es auch so ein bisschen schade, dass wir dann mehr so oft hingegangen sind. Und ich habe auch so den Vorfall noch so ein bisschen, also nicht gerade geschämt habe für meinen Namen, aber ich fand meinen Namen so ein bisschen lästig. Also ich habe halt so wirklich sehr, sehr langen, typisch für Thai, so langen Nachnamen. Ja, ein ganzer Alphabet ist da drin. Und da muss ich dann jedes Mal meinen Namen perfide buchstabieren, damit die Leute das checken, was es eigentlich heißt. Und die decken immer, ja, es ist bestimmt eine besondere Bedeutung da drin, wie man das wirklich ausspricht und so. Und ich so, eigentlich nicht, es ist einfach ein ganz normaler Nachname. Also manche Namen haben ja auch eine Bedeutung. Und dann konnten viele auch meinen Vornamen auch nicht wirklich gut aussprechen. Also ich heiße ja eigentlich Haa. Und ich fand es einfach auch so lästig, immer den Leuten zu erklären, wie ich dann richtig ausgesprochen werde. Bis ich dann zu dem Schluss kann, mich einfach nur noch Paco zu nennen. Was aber für die Leute einfacher ist, das auszusprechen. Und ich habe nicht den Hustle, das immer wieder zu erklären. Ja, ich denke, viele Leute tun sich aber grundsätzlich mit Vornamen schwer. Ich zum Beispiel habe ja keinen thynischen Vornamen. Also Joy ist mein Rufname, aber mein Vordername ist eigentlich Haa. Und allein da tun sich Leute schwer. Ja, statt da einfach mal irgendwie im Vorhinein zu fragen, wie spricht man deinen Namen richtig aus. Hast du denn auch so einen thailändischen Spitznamen? Also auf Thai heißt es Chö Len. Weil ja die Namen ja so lang sind, deswegen hat man ja auch voll oft in Thailand auch so Spitznamen oder so große Namen. Ich würde sagen, mein Gangster Chö Len ist auf jeden Fall Ohren, was glaube ich viele thailändische Kids nachvollziehen können. Für die, die es nicht wissen, Ohren bedeutet, wenn man es ganz trocken übersetzt, Fett. Aber es ist nicht erstmal schlimm, aber das ist wirklich ein großer Name für einen ländischen Kids. Es ist lieb gemeint, eher so Dickerchen. Ich finde es immer auch so cool mit diesen ganzen Spitznamen, weil es viel, viel einfacher ist, sich das auch zu merken. Und ich auch von vielen Teilen ja auch nicht so wirklich den ganzen Namen kenne, sondern eher nur die Spitznamen. Und das ist auch vorhin erwähnt, dass deine Mom auch eher in Frankfurt unterwegs war. Und ich kann mich auch erinnern, dass meine Mutter auch viel unterwegs war und ich bei Thai-Muttis da war. Und da war es eigentlich auch schon so, dass ich dann da auch ein paar Wochen auch bei denen war. Und ich habe nie ganz genau verstanden, warum meine Mutter nicht da ist zu Hause. Da hat sie gesagt, dass sie Arbeit geht, aber als Kind hat man nicht so eine Assoziation, was Arbeit bedeutet. Und ich fand es immer halt so lästig, bei diesen mir fremden Thai-Omis Zeit zu verbringen. Wie war es denn für dich? Tatsächlich habe ich ungefähr so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Dadurch, dass mein Großvater Ingenieur war, hatte er sehr viele Geschäftsweisen. Und meine Oma, wie gesagt, sehr spirituelle Frau, hat sich auch mal ab und zu dazu beschlossen, fürs Wochenende in den Tempel zu fahren. Wenn ich dann gesagt habe, dass ich weniger Lust drauf habe, dann hat sie mich auch so ein bisschen bei ihren Freundinnen abgelagert, was für mich am Anfang so ein bisschen aufregend war, sag ich mal. Ich habe doch dann auch das Gefühl gehabt, du kennst zwar die Omis oder Tanten so ein bisschen, aber am Ende des Tages sind wir nicht deine biologische Familie. Ja, deswegen finde ich es so interessant, dass wir eigentlich eins zu eins dieselbe Erfahrungen gemacht haben. Ist das so ein universelles thailändische Oma-Mama-Ding? Ich bin mir nicht sicher, wie es bei anderen Kulturkreisen ist, aber das ist ja auch häufig so, wenn man auch neu in einem Land ist und migrantisch ist, dass man generell sich dann einfach in die Arbeit hineinsteigert, um natürlich dann auch für sich und seine Familie gut versorgen zu können. Und das hat meine Mutter dann auch gesagt, weil sie wollte dann eher arbeiten und dann Geld sparen, so damit sie dann später dann nicht so den Hustle hat. Ich erinnere mich, dass ich einfach die ersten Jahre einfach nicht bei meiner Mutter auch war. Also ich habe sie dann nur so ein paar Mal dann angesehen und wenn ich sie gesehen habe, dann war sie recht müde und erschöpft und ich wollte dann natürlich auch spielen und Zeit mit ihr verbringen und sie so, nee, lass mal und dann ist sie einfach eingeschlafen. Aber ich habe es irgendwie als Kind, das nie so wirklich ganz begriffen, so warum sie da halt so lange weg war und warum ich dann bei diesen Thai-Omis dann auch war. Also klar, damit halt niemand auf mich aufpasst, aber das war seltsam für mich. Vor allem den Kontrast zu sehen zu anderen Familien, wo mindestens ein Elternteil bei den Kindern ist und die einfach so viel Zeit mit den Eltern verbringen konnten und auch so Ausflüge machen konnten. Und das hatte ich halt in meiner Kindheit auch nicht. Tatsächlich kenne ich so ein bisschen dieses Bild von der erschöpften Mutter, die dann bei einem zu Hause ist und man ist total aus dem Häuschen und freut sich diesen Wehen. Hey, Luke! Moon on! So, weißt du, meine Mutter ist zwar mit sechs Jahren bereits hier in Deutschland gewesen. Ich denke, es ist schon eine Herausforderung, sag ich mal, für so ein junges Mädchen, mit sechs in ein fremdes Land zu kommen, wo du nicht die Sprache wirklich beherrschst und die ganz schnell irgendwie auf Druck lernen musst. Sie war bereits mit 16, 18 war sie schon im Arbeitsleben drin. Seitdem arbeitet sie eigentlich bis heute. Im Nachhinein muss ich sagen, habe ich so viel Respekt für sie. Und ich glaube, jetzt kann ich auch verstehen, warum sie darauf gepocht hat, dass ich nicht beim Realschulabschluss bleibe, sondern auch, dass ich mein Abitur mache, studiere, damit ich später einfach nicht in denselben Verhältnissen arbeiten muss wie sie. Also ich glaube, das ist auch der Wunsch von vielen Migranteneltern, dass sie einfach sich wünschen, dass ihre Kinder nicht so ein hartes Leben haben, wie sie selbst hatten. Genau. Also meine Mutter kam auch erst mit Mitte 20 oder so Ende 20 nach Deutschland, also als erwachsene Person. Und das ist ja noch ein größerer Umstand, weil du ja auch schon in Thailand so aufgewachsen, groß geworden bist und dich da sozialisiert hast und nun musst du dann einfach in ein komplett anderes Land gehen, was auch sehr konträr zur italienischen Kultur ist und sich da zurecht dann zu finden. Aber sie war einfach der Meinung, dass Deutschland einfach die bessere Wahl sei, gerade was Arbeitsbedingungen angeht und Verdienste und diese ganzen Versicherungen und so. Wobei natürlich auch viele dann im Nachhinein oder im Vorhinein oft nicht damit rechnen, dass es in Deutschland genauso hart sein kann. Aber ich glaube, viele Eltern zahlen einfach den Preis mit dem Gewissen, wenigstens hat mein Kind hier eine bessere Chance. Ja, und ich finde es aber auch so krass, also wie teils Deutschland so mit Reichtum und Assoziieren. Aber das ist eigentlich so gar nicht der Fall, finde ich. Nee, nicht so, wie es dort dargestellt wird, auf jeden Fall. Also ich bin ja sowieso die erste Akademikerin in meiner Familie, aber meine Familie in Thailand hat ja auch zum Beispiel irgendwie die Vorstellung, dass ich an einer Exzellenz-Uni studiere. Ich glaube, es kommt davon, dass halt alle Universitäten in Thailand ja privat sind. Und Bildung, auf jeden Fall ein Klassending ist immer noch in Thailand. Im Regelfall gehen halt die Reichen studieren. Vielleicht wird deswegen mein Studierendenstatus in Thailand ein bisschen als mit Reichsein und guter Bildung assoziiert. Aber ich glaube, es wird doch oft unterschätzt. Also meine beiden Eltern haben studiert. Also ich bin jetzt nicht die Einzige, die jetzt akademisch unterwegs war. Aber sie wollten auf jeden Fall, dass ich dann studiere. Also am besten so Promotion. Wenn ich dann irgendwie gesagt hätte, ich würde irgendwie Kochwerken oder irgendwie was Handwerkliches machen, dann haben die es nicht so wirklich verstanden. Weil sie einfach so in diesen Gedanken dann sind, wenn ich Akademikerin bin, dann muss ich das auch meiner Tochter oder meinem Sohn das weiter vererben. Oder zuschauen, dass sie so einen ähnlichen Bildungsgrad bekommt. Da haben wir zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive von akademischen Eltern. Und ich habe das nicht. Aber ich sehe bei anderen Leuten, dass es zu etwas Besserem führt. Deswegen leite ich das so an mein Kind weiter. Sag ich mal, als ich nach Frankfurt gezogen bin, dass die Schulen und vor allem Klassen um einiges diverser sind. Das heißt zwar nicht immer, dass sie automatisch durch die Diversität auch toleranter sind. Allerdings war das auf jeden Fall eine der positiven Sachen, die mir aufgefallen ist. Wie war denn Frankfurt für dich in deiner Schulzeit? Frankfurt war für mich vor allem groß und ein bisschen überwältigend. Also der Grund, warum ich Würzburg überhaupt als idyllisch bezeichne, ist, weil Frankfurt ja wirklich dieses metropolische Stadtfeeling tatsächlich auch hat. Allerdings habe ich das auch als Chance gesehen, neu anzufangen einfach mal und vielleicht auch eher so bis hin zu meiner Kultur zu stehen. Ich sehe ja auch, dass es andere Menschen in meinem Umfeld gibt, die ganz offen sagen, aus welchem Land sie kommen und ihre Kultur eben nicht verstecken und auch miteinander die Sprache sprechen, die sie tatsächlich auch können. Und da habe ich mir gedacht, hey, warum sollte ich nicht dasselbe machen? Und hattest du dann in Frankfurt die Möglichkeit, mehr oder beziehungsweise Kontakt aufzubauen zu Thais, Thai-Deutschen? Das fiel mir tatsächlich sehr schwierig. Meine Mutter hatte hier eher nicht thailändische Freundinnen. Sie hatte eins, zwei auf jeden Fall, ein paar, die man auch wieder auf der Hand aufzählen konnte. Aber grundsätzlich, muss ich sagen, hatte ich dann wiederum weniger thailändische Freunde selber in meinem Umkreis. Ja, in Würzburg hatte ich zwar so ein paar thailändische Freunde, in Frankfurt waren es dann aber auf jeden Fall irgendwie auf einmal gar keine. Aber ich habe auch gar nicht so wirklich dann den Zugang zu Thailand gefunden, muss ich gestehen. Ich glaube auch, weil es bei mir zu nah dran ist irgendwie und auch gleichzeitig so entfernt. Also klar, wir hatten dann zu Hause so einen Reiskocher und wir hatten dann auch diese ganzen Gerichte und die Essenssachen und auch thailändische Nippes, also so Deko. Aber ich habe mich nie so wirklich nah dieser Kultur gefühlt, gerade weil meine Eltern in Deutschland sind. Und ich habe dann vielmehr eher dann durch die ganzen Manga und Zugang zu Japan gefunden, wo mich eher dann für die japanische Kultur interessiert als für die thailändische. Ja, ich habe dann gemerkt, dass mein Herkunftsland oder meine Kultur eher anerkannt wurde, als zum Beispiel God7 bekannter wurde und Blackpink natürlich. Und da wurden ganz oft Parallelen gezogen. Wenn ich offen gestanden habe, dass ich Thailänderin bin, dann hieß es ganz schnell, Ah, gibt es nicht irgendwie so ein K-Pop-Bandmember, das auch Thailänderin ist oder Thailänder? Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass mein Herkunftsland auf einmal mit K-Pop in Verbindung steht, obwohl da eigentlich nicht unbedingt viele Parallelen zwischen koreanischer und thailändischer Kultur, muss man ganz ehrlich gestehen. Also es sind ja immer noch zwei verschiedene Länder. Eins ist ostasiatisch, eins ist südostasiatisch. Nichtsdestotrotz hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass damals Leute immer versucht haben, Vergleiche irgendwie zu finden, um meine Kultur besser zu verstehen. Wo ich mich halt dann auch immer gefragt habe, wenn du meine Kultur verstehen möchtest und mehr darüber wissen möchtest, warum fragst du mich da nicht einfach? Interessant, dass Leute anscheinend irgendwie nicht den Gedanken in den Kopf bekommen, dass Asien, der größte Kontinent auf der Welt, viel diverser und unterschiedlicher von den einzelnen Ländern her ist, ist, als man denken mag. Zum Beispiel eine Frage, die ich sehr oft in der Kindheit bekommen habe, die ich auch bis heute oft gestellt bekomme, sind sich Chinesisch und Thailisch nicht so ein bisschen ähnlich? Beziehungsweise kannst du vielleicht einen Chinesen verstehen? Und, oh Gott, Chinesen wiederum dich? Und ich denke mir halt, reden wir über Mandarin oder reden wir über Kantonesisch? Allein da gibt es ja schon einen Unterschied. Und auch so die Tatsache, dass man sich so vorstellt, ja, du kochst ja bestimmt, also bei dir zu Hause werden bestimmt voll viele teuerliche Sachen gekocht. Und dann kannst du bestimmt auch das kochen. Und ich so, nee. Und das sind alles so Sachen, die ich dann so mir erst in meinen Zwanzigern mir das beigebracht habe. Also wie man Paka Pau, also dieses Holy Basil, der ich koche, also mit Reis und Fleisch oder mit Ei und so. Oder wie man Patsiyu, also gebratene Reissuhlen kocht. Und das sind so alles Dinge, die ich mir wirklich erst viel, viel später mir alles selbst beigebracht habe, weil ich mich immer gefühlt habe, als wäre ich so ein Fraud. Ich bin aber nicht Teil genug, um das zu sein, was ich aussehe. Ja, ich glaube, dieses Gefühl von Fraud sein teilen sehr viele thailändische Kids, die vielleicht in Deutschland aufgewachsen sind, ich immer so einen leichten Verlangenstatus habe, wenn ich selber in Thailand bin. Ich glaube, das liegt vor allem an meiner Hautfarbe. Ich bin ja eigentlich relativ hell für eine Thailänderin. Das ist auch so der erste Kommentar, den ich immer höre. Thailand hätte ich jetzt nicht gedacht bei deiner Hautfarbe. Also diese weiße Farbe eher so ein Schönheitsmerkmal ist in Thailand und ganz viele Blitzchen und Weilingprodukte, die ja gibt. Und es hat ja nichts mit Rassismus zu tun, sondern es ist einfach für den, geht es für sie als schön. Ja, genau. So hell wie möglich zu sein. Als ich dann in Nordthailand war, als ich als Lehrerin gearbeitet habe, waren ganz, ganz viele Schülerinnen und die sind in so einen Hoodies rumgelaufen, so bei 35 Grad, weil die einfach keinen Bock hatten, getarnt zu werden. Ich finde das immer so krass. Also ich werde immer, ich bekomme immer Komplimente dafür, dass ich erstens so helle Haut habe und dass ich so groß bin. Wäre ich jetzt noch so dünn, wäre ich eigentlich das thailändische Schönheitsideal. Da könntest du auf jeden Fall als Vorausspielerin mal das Wolle anfangen dort. Ja, das wurde mir so oft gesagt, wirklich. Alle meine Nachbarn in meinem thailändischen Dorf, aber wenn die Joanne ein bisschen abnehmen würde, die könnte als Model durchschauen. Ja, danke. Mit dem Abnehmen kenne ich es auch sehr gut. Also ich bin ja auch eher, also ich bin nicht fett, aber ich bin auch nicht super dünn, sondern eher so kurvig. Aber meine Eltern finden das irgendwie als fett an, weil sie beide auch sehr dünn sind. Und jedes Mal, bevor sie überhaupt Hallo sagen zu mir, sagen sie dann so, nimm mal fünf Kilo ab. Nimm mal zehn Kilo ab. Und ich so, ja, nimm mal lieber fünf Kilo zu, weil man sieht ja bei euch ja das ganze Gesuppe da. Das hat denselben Weib wie A1. So mit all den Erfahrungen, die du jetzt so gemacht hast und auch den diskriminierenden Vorfällen auch in deiner Schulzeit, aber dann auch, dass du dich dann wieder zugewandt hast zu deiner thailändischen Kultur. Wie würdest du denn jetzt deine Identität heute sehen? Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall dort angekommen, in dem Sinne, dass ich einfach jetzt anerkenne, dass ich thailenderin bin, dass das meine Kultur ist und dass es überhaupt nichts ist, wofür ich mich schämen sollte. Ich kann thailend sprechen, wo ich will, wann ich will. Ich kann mein Essen dort essen, wo ich möchte. Und da kann es mir auch scheißegal sein, ob Leute sagen, das riecht intensiv oder nicht. Ich bin selbstbewusst, ich stehe hinter dem, wer ich bin und ich verstecke mich auch nicht länger. Ich habe einfach gelernt, mich selber wohlzufühlen und mich selber auch zu verteidigen, da wo es angemessen ist, wenn mir Leute irgendeinen Schwachsinn erzählen, weil ich halt auch immer den Gedanken habe, wenn ich jetzt da nichts sage und den Kommentar einfach so stehen lasse, dann wird die Person das bei anderen thailändischen Menschen fortführen und das ist so ein Zirkel, so ein Kreis, der geht dann immer weiter. Und das habe ich vor allem daran gemerkt, dass Leute oft überrascht waren, wenn ich sie auf ihre Äußerungen konfrontiert habe. Dann war es schnell so ein, es war gar nicht rassistisch oder diskriminierend gemeint. Ist mir scheißegal. Am Ende des Tages war es rassistisch und diskriminierend. Ja, ich finde, es ist auch ein sehr guter Vorschlag, weil viele ja nicht wissen, wie man in solchen Situationen dann sich verhalten soll, gar nichts sagt. Aber ich finde, einfach nichts zu sagen oder nichts zu tun, ist ja dann auch schlimmer. Ich hatte auch letztens wieder den Vorfall auf der Arbeit, dass ich gefragt wurde, woher kommen Sie eigentlich? Oh, ich komme aus Frankfurt. Nee, ursprünglich. Also davor habe ich in Würzburg gewohnt tatsächlich. Und ihre Eltern, ja, meine Mutter ist, seitdem sie sechs ist, in Deutschland, aber davor war sie in Thailand. Weißt du, einfach so ein bisschen am Strang ziehen. Oder wenn jemand rassistische Witze macht und obviously damit provozieren möchte. Einfach fragend angucken und sagen, check ich nicht. Warum ist das witzig? So, ja, du weißt doch. Und dann geben die dir eine dumme Erklärung und müssen das, was sie gesagt haben, wiederholen. Und dadurch geht halt einfach der Humor so ein bisschen verloren. Weißt du, einfach so ganz strategisch die Leute für das outcallen, was sie sagen. Ich kann vielleicht deine Meinung nicht ändern zu meiner Kultur, aber ich kann dir die Konsequenzen präsentieren, die du mit deinen Aussagen, also mit denen du dich dann konfrontieren musst. Ja, ich finde, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Wir müssen so langsam dieses Zoom-Meeting beenden, weil die Uhr tickt, die Uhr tickt. Vielen, vielen Dank, Joy, dafür, dass du hier teilgenommen hast und auch für deine Erfahrungen und deine ehrlichen Worte. Falls ihr Bock habt, High Sparber zu unterstützen, es gibt da in der Beschreibung so einen Link. Ich muss jetzt irgendwie so Influencer raushauen. Nur in die Influencer raushauen. Den Patreon-Link, da könnt ihr draufklicken und Mitglied werden im Cat Club. Dann kriegt ihr dann halt so Teaser-Infos vorab zu den ganzen Folgen davor. Und es gibt auch einen Buy-Me-A-Coffee-Link. Das ist eigentlich so das ähnliche Prinzip wie bei Patreon-Link, aber ihr könnt eins von euch beiden entscheiden oder beides. Ist mir, also finde ich auch sehr schön. Vielen Dank fürs Reinhören und dass ihr bis dahin geblieben seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bald. Und vielen, vielen Dank, Joy, nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bis dann. Kopko nachher. Kopko nachher. Ja, ja.